Bei uns ist Luca Kilian, Luca Neuzugang beim SC Paderborn. Die ersten vier Wochen sind rum. Wie ist dein Eindruck beim SC? Es ist alles sehr, sehr familiär und es macht einfach richtig Spaß hier zu sein. Ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, hier hinzukommen. Es macht mir sehr viel Spaß. Du sprichst gerade an, die richtige Entscheidung getroffen. Es gab im Umfeld viele, die gesagt haben, ein bisschen verfrüht, 19 Jahre, dann zum Erstligisten. Aber du sagst, dass es war genau richtig? Ja, kann ich so sagen. Ich kann mich bisher nicht beklagen. Es macht mir, wie gesagt, riesig Spaß. Ein Riesenschritt trotzdem von der vierten Liga, von der Regionalliga bis in die erste Liga. Das ist schon eine Nummer. Ja, natürlich. Das merkt man natürlich auch im Training und auch in den Spielen. Da ist eine höhere Intensität gefragt. Auch nochmal eine andere Qualität von Spielern. Aber man entwickelt sich ja auch mit den Spielern dann sozusagen weiter. Und es hilft einem auch ungemein als 19-Jähriger. Der Riesenschritt ist angesprochen. Aber du wärst glaube ich auch gekommen, wenn der SC Paderborn nicht aufgestiegen wäre, oder? Genau, richtig. Die Vertragsgespräche liefen schon wann? Uh, da muss ich mal überlegen. Das war glaube ich im November letzten Jahres schon. Da haben wir schon so den ersten Kontakt gehabt. Was hat den Ausschlag gegeben? Warum warst du sofort Feuer und Flamme für den SCP? Ja, ich bin hier hingekommen und hab das alles so gesehen. Und hab dann auch damals mit Markus Krösche ein super Gespräch gehabt. Und dann bin ich eigentlich nach Hause gefahren und im Auto war mir schon klar, hier möchte ich hinkommen. Der Trainer Steffen Baumgart sagt, der Luca bringt alles mit. Nur eins fehlt ihm noch. Und das ist die Erfahrung. Ja, die muss ich mir dann versuchen im Training und jetzt in den Testspielen irgendwie anzueignen. Und natürlich auch von solchen Spielern wie Hünemeyer und Strodig dann auch zu lernen. Und das versuche ich jedes Training und versuche einfach so viel wie es geht aufzusaugen. Du hast glaube ich im Hintergrund auch einen wichtigen Ratgeber. Dein Großvater, Amman Theis, war selber Bundesliga-Profi. Wie wichtig ist der für dich? Ja, der ist natürlich sehr wichtig. Der gibt natürlich auch immer das ein oder andere kritische Feedback. Und ja, aber er ist halt immer für mich da und gibt mir halt die nötigen Tipps, weil er das ja alles schon mal durchgemacht hat. Und ja, auch wenn sich die Zeiten natürlich geändert haben. Aber es ist schon immer schön, dann so einen zur Seite zu haben. Und der ist bei jedem Heimstuhl dabei? Ja, ich glaube sogar bei den Auswärtsspielen, da lässt er sich nicht lumpen. Er kommt da auch mit. Vielen Dank. Gerne.